Heute ist also die Auftaktveranstaltung für Dach der offenen Gattentür, die am Sonntag stattfindet. Hohl auf, die Luft geht frisch und rein, der Lamm, der Süß muss rosten. Den allerschönsten Sonnenschein lässt uns der Himmel kosten. Drum rein, wir Stamm und Orden, es gleich der fahrenden Scholaren. Ich will zur schönen Sommerzeit ins Land der Franken fahren.